Hi, ich bin der Mario, bin 27 Jahre alt, komme aus Hannover, bin gelernter Glas- und Gebäudereiniger. Meistens macht es mir Spaß, weil ich an unterschiedlichen Orten bin, unterschiedliche Arten von Arbeiten mache. Mein Ziel ist es irgendwann in Bosnien, weil meine Eltern von Bosnien kommen, eine Firma aufzumachen. In Bosnien gibt es halt nicht so extrem viele Firmen wie hier in Deutschland und wenn man unten Gebäudereinigung sagt, dann denken die Leute einfach nur so putzen und das gefällt mir halt unten nicht und das will ich unten jetzt zeigen und mal gucken.